Musik 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 Und wir werden gep... wow Wow Aha, da kommen wir nicht lang Ich möchte doch nur eine Medaille Okay Warte Fuck Wir müssen hier mit der Maus Hier so entlang Wir nehmen uns die Münze mit Das ist so ähnlich wie der heiße Draht Kennt ihr das noch? So Und so Ah ja, die Maus kann natürlich durchlaufen Und jetzt sind wir oben Was? Muss ich dazu Das aktivieren? Müssen wir das jetzt nochmal tun? Nein, okay Was? Was? Wie? Wie? Hohohoho Dann müssen wir jetzt die Biene sein Dass die Biene da rein... äh... da durchfliegen kann Und wir dann... Und wir dann... Ich denke mal nicht, dass wir groß sein müssen Das war die Biene Gucken wir mal Wenn meine Vermutung richtig liegt Müssen wir eine Biene sein Einmal bitte da rein Nein 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 Es ist nicht leicht Wir haben jetzt auf jeden Fall überall Steine liegen Was ist denn wenn wir jetzt zum Beispiel... So hier machen So hier machen Auch nicht schlecht Oh ne, mit Bienenkopf So machen wir uns mal wieder klein So machen wir uns mal wieder klein Weil irgendwas haben wir vergessen Können wir hier was tun Nein Hier Mit der Maus Nein Pfff Oh oh Gucken wir mal Gucken wir mal Ah mit der Biene Können wir hier dran schnuppern Das macht es vielleicht Sinn Wir gehen Machen wir uns mal als Biene Entschuldigung Aber das mit den Bienen Das ist so cool Biene Und eine Biene So... Gehen wir nochmal zurück Und bitte einmal hier dran schnuppern Ja Ja, das bringt auf jeden Fall was Ist jetzt blau Irgendwas bringt uns das Wenn wir jetzt blau sind Fliegt nicht da hoch Oh 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 Können wir dafür in die Blume Ja, das geht Aha, jetzt macht es noch Klick Fliegt jetzt Können wir auch mit der Maus da rüber Ach Leute Das ist so genial Komm Komm Bienchen 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 Biene Flieghelm Haben wir hier noch eine Münze Nein Nein Jetzt mache ich mich nochmal als Maus Nein Das da Und das da glaube ich Ja Wir sind heute mit der Maus Und wir gucken vorher nochmal hier drüben Ob wir hier eine Metall hier finden Die sind ja nicht einfach zu finden Die sind ja nicht einfach zu finden Das wissen wir inzwischen Das wissen wir inzwischen Aber ich sehe hier gerade nichts Okay Was haben wir hier Nix Gut Dann gehen wir jetzt zurück Hier oben Ist da eine Medaille Nein Okay, hier ist nix Oh, mein Tablett fällt immer runter Mann, jetzt bleibt doch mal hier liegen Hm Die dumme Sau So, gehen wir rein Und jetzt können wir sozusagen hier schön drüber laufen Jawoll Juhuu Au Und jetzt haben wir was falsch gemacht So Wie kriegen wir das jetzt zum Halten? Oh Gott Rätsel über Rätsel Rätsel über Rätsel Oh oh Die können das ja hier anklicken Dann sind wir hier Aber das Aber wir kommen dann trotzdem nicht rüber Und jetzt fallen wir wieder runter Ja Wir fallen wieder runter Hm Warum Warum Wir müssen den Baum so ändern Dass wir Oh Gott Lass mich nochmal als Biene machen Weil ich will mal was schauen Ob das was bringt Ein Bienenchen? Können wir hier mit der Biene hier reinstechen? Nein Können wir mit der Biene hier was tun? Nein Nein Können wir mit der Biene hier reinstechen? Nein Sonst haben wir hier nichts mehr Außer den riesen Stein Nein Aber Ah Ich Okay All Was Okay Okay Wir gehen uns nochmal mit Blütenstaub hier Mit Nass machen Äh Voll machen Und gehen nochmal hinten an die Blume In der Hoffnung In der Hoffnung In der Hoffnung Dass wir diese bestäuben können Dass die wächst Können wir das auch mit dir machen? Nein Nein Weiter Ja Einmal hier bestäuben Ja Der frisst uns Der frisst uns Der frisst uns Der frisst uns Jetzt Wenn mal irgendeine Folge Ein paar Parts länger dauert Jetzt sind sie nicht so böse Ich muss das Vieh ablenken Aber wie machen wir das? Was ist das hier für ein Vieh? Das war die Maus Und das hier war der Riese Was nicht hinhaut Was nicht hinhaut Aber so Können wir damit irgendwas bei den Vieh anstellen Nein Nein Können wir nicht Ich meine, wir können den Stein nehmen Ja, aber was bringt uns das? Können wir den dir hier reinschieben? Hmhm Da können wir auch nichts rein tun Dass der den Stein vielleicht irgendwie abgräbt Aber wir kommen da nicht dran Wir gucken mal Hier sind die ganzen Steine Da ist das Bordteil Ach, hier haben die ja noch was liegen Na, guck mal einer an Dass wir das auch finden Das ist der Korken Wenn wir den jetzt hier rein stopfen Das geht Das geht sogar Das ist cool Jetzt brauchen wir uns wieder als Biene In der Hoffnung, dass wir jetzt dort was machen können So Einmal der Sum Sum Ja, wir müssen uns nochmal bestäuben So Ah, das ist einfach nur herrlich Gut Ja, ja, genau Zurück Nochmal zurück Und jetzt Versuchen wir es nochmal Ich denke mal, der wird uns versuchen zu fressen Aber wir werden nicht rausgespuckt Wir werden ihn stechen Mhm Aha Oh Der Einigungsschaft freigeschaltet Der ist geplatzt Das ist ja genial So, die wächst jetzt Okay Wir sind jetzt auf jeden Fall oben Ah ne, gut Die fliegt wieder zurück Damit können wir nichts machen Jetzt müssen wir Gucken Dass wir hier irgendwie rüber kommen Das heißt Der muss da rüber Aber wie kommen wir hier lang Ernsthaft Bringt das was, wenn wir die Steine umtauschen Hier vorne den großen drauf Ja, die Fliege kann natürlich damit nichts machen Wir machen uns mal wieder groß So, gehen wir mal bitte da drauf Sollte groß sein Dankeschön Was ist jetzt, wenn wir diesen Stein hier nehmen Und die einfach mal austauschen Oder so machen Ne, bringt uns hier halt dann auch nichts Wir müssen uns ja wieder zurück beamen Kannst du die austauschen? Okay Austauschen kann er Austauschen kann er Das ist ja die Stelle, wo wir wieder absacken Als Maus Wir machen uns jetzt wieder als Maus So Und in der Hoffnung, dass wir jetzt vielleicht auf den Stein landen Und wieder rüber Und wieder rüber Also auf diesen Stein und dann auf den Baum Gucken wir mal Ist jetzt nur ein Versuch Das Problem ist, was ich hier habe Ja Wir versuchen es mal Aber ich glaube nicht, dass das geht Denn wir haben ja nichts, um uns da hinten Uns irgendwo drauf zu stellen Jetzt Aha Nein Das funktioniert nicht Mit der Maus können wir das ja nicht weg tun, so ein Stein Ne Wenn wir den großen Stein hier vorne hinlegen Der Baum, der ändert sich nicht Das ist nicht so toll Hau uns nochmal so groß Dankeschön So Es könnte verrutschen Aber wir haben gesehen, es bringt uns nichts Dass der Stein dann schrumpft Wir tauschen mal den Stein Mit dem da um Und den tun wir hier her Wenn ich nur klein wäre Aber ich glaube, wir landen dann wieder daneben Oh je Biene Biene, hab ich gesagt Biene Dankeschön Dankeschön, genau Biene 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 Wir haben ja nichts zu Zu bestäuben Oder? Ne Hier können wir nichts bestäuben Also das heißt, wir müssen hier irgendwie Zurechtkommen Wir bestäuben uns mal Also das bringt uns ja auch nichts Wir haben ja alles bestäubt Und die können wir nicht nochmal bestäuben Hier können wir auch nichts machen Müssen wir mit der Biene hier hochgehen Was bringt uns das, wenn wir hier oben sind? Also ich will auf jeden Fall so eine Tatze Aber das bringt uns ja nichts Hm Hm Und den Stein können wir, glaube ich, auch nicht da drauflegen Und den Stein können wir, glaube ich, auch nicht da drauflegen Und dann gehen wir mal wieder zurück Der Baum muss in diese Richtung Und dann gehen wir nochmal da hoch Lass es bitte klappen Oh 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 Und fällt runter Wie kommt ihr da rüber? Mit den Eichern können wir nichts machen Hier liegen die Steine Das ist die Beamfläche Hier haben wir nur den Reißverschluss und den Stein Ich werde jetzt erstmal aufs Klo gehen Vielleicht fällt mir dann in eine Lösung ein Und vielleicht auch neuer Part Mal schauen Bis zum nächsten Mal Tschüss Oder bis gleich Keine Ahnung Bye